Ich lerne Deutsch. Nummer 6419 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schau mal! Deine Oma kommt zu uns. Schau mal! Deine Oma kommt zu uns. Ich bin gleich fertig. Es fehlen nur noch eine Schraube und der Griff. Fitness ist mir sehr wichtig. Deshalb trainiere ich dreimal die Woche. Fitness ist mir sehr wichtig. Deshalb trainiere ich dreimal die Woche. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Welche Erfahrungen hast du im internationalen Geschäft? Welche Erfahrungen hast du im internationalen Geschäft? Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich einen Bestseller schreibst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Geräusche Zitzen 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 Zitzen